Der 2.300 PS starke Schlepper aus den Niederlanden ist einer der besten in Europa. Es heißt anschnallen in der Füchthoff-Arena. Habt ihr Lust auf Traktorpulling? Habt ihr Lust auf Hundebergier? Und die beiden Jungs, sie haben den Windtöcker geschraubt und sie sind ebenfalls für den Port-Control. Auf geht's! Und auch Klaus Sack verkauft sich hier so teuer wie möglich. Das ist doch nur Chicken damals. Also ganz lange der 80er-Halle auf den Züchthoff. Da muss er den Pult abbrechen, weil er sonst rechts aus der Bahn rausgekommen wäre. Der Josef geht vom Gast, der Wild Turkey, neben dem Lou Wendelin, das zweite, gefährt im Stall, der 73. Jetzt kann man ein großer Worte, ein großer Charter. Aber seitdem ist er beim Traktorpulling dabei. Über den Müllbrot. Junge, 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 Junge! Willño, Junge, 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 Junge! Wünsche, Junge, 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 Junge! Wo seid ihr wohl vorkommen? Wir machen erstmal Hord der Europese! Hui, die Vorarbeitung dazu kommt, um dazukommen. Und dann machen wir nochmal eine kleine Überraschung für euch. Jo! Und noch einmal ein ganz wilder Wind von dem Luage. Und dann wollen wir noch einmal zeigen, was in dem Runaway Deer drin steckt. Also, freut euch noch einmal auf das Schmankel, auf den Leckerbisschen aus den Niederlanden. Runaway Deer! Das ist der Wahnsinn! Es ist der Wahnsinn! Und damit geht's auf die Siegerehrungsrunde, auf die Ehrenrunde für unsere Prostock-Kandidaten. Wir haben bald eine Siegerehrung ihrer Prostock-Kandidaten abgestimmt! Wir haben Tallinn-Bisschen aus dem Rundlein, das ist der Wahnsinn. Vielen Dank.